Hallo, ich bin Karin Schmidt-Promny mit Leib und Seele Aachenerin. Mein Herzensthema sind Kinder. Dafür arbeite ich im Ausschuss für Schule und Weiterbildung. In der Grünen Fraktion bin ich Sprecherin für interkommunale Zusammenarbeit. Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Dieser Satz ist für mich handlungsweisend. Ich will, dass wir unsere Erde schützen, die Umwelt, das Klima. Und ich will eine Gesellschaft, jetzt und in Zukunft, die sozial ist, an der jede und jeder teilhaben kann. Das kann ich nur mit den Grünen erreichen. Deshalb bin ich Grün. Ich will gute Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche. Ich will, dass alle Kinder bestmöglich gefördert werden, damit sie ihre Potenziale entwickeln können. Das heißt für mich auch Bildung digital und analog. Ich engagiere mich für Inklusion und Integration. Denn als Gesellschaft können wir nur gemeinsam stark sein und funktionieren. In meiner Freizeit brauche ich Bewegung. Gerne beim Yoga. Denn Yoga hält Körper und Geist zusammen. Einmal im Jahr mache ich eine Fahrradtour. Zusammen mit Freunden. Und immer in einer anderen Region in Europa. Und auch schon mal in den USA. Ich komme aus dem Dreiländereck. Für uns Aachener und für Nordrhein-Westfalen ist Europa gelebter Alltag und muss unsere Perspektive für die Zukunft bleiben. Es geht nur voran, wenn wir lernen zu kooperieren, über alle Grenzen hinweg. Ich will ein Nordrhein-Westfalen, das tolerant und weltoffen ist und bleibt.